Jetzt sind Weißdorfwürste Nicht toben. Habt ihr gehört? Echt wahr? Das ist ein Blöden. Jetzt kannst du im Kinderzimmer spielen. Da könnt ihr von mir aus umlüpfen, wie ihr wollt. Auf, auf. In der Demo beginnst du mit Level 10 und kannst bis zu Level 15 erreichen. In der Demo beginnst du mit Level 10 und kannst bis zu Level 15 erreichen. Ich werde mal kurz reingucken. Erstmal so. Ich werde hier am Spiel fahren. Ach so. Ganz normal zu spielen. Der braucht aber lange zu verbringen. Ja, so. Online, oder? Das ist immer der lange. Guck mal, wenn ihr mir gerade sich jetzt einloggen hier auf so Open Beta, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Da haben wir ihren Teil ab. Der kommt. Sofort. Unter von der Matratze. Wir brauchen die heute Nacht noch. Sag euch, Mama ist in der Küche. Wann kann der rufen Teil ab? Der ist auch schon der Schlager, oder? Ja. 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 Olettern lohnelt ihr dann in der Beine auf. Oh, los. So. Was sind wir? Ne, weiss. Wann kommen wir? Ja. Ja. Es ist hier schwierig. Ich laufen. Ich laufen. Mama, wir laufen. Ja, wir können laufen. Achso, das ist die Karte. Die ist aber schon groß, ne? Für die Beta werden wir schon freigegeben. Das wird nämlich die Stadt sein. Also die Katerina zieht sich ja raus. Kann ich so gut so. Ja, das ist richtig. Lass mich jetzt auf. Lass mich jetzt aufgeben. Danke. Du, Mama, ich habe das nicht vorgegangen. Dann müssen wir das anziehen. Das können wir schon mal aufdrehen, ok? Boah, der Städte wird so kurz. Schon kurz, ne? Was hast du so getrieben? Das wird dir gefallen. Pass auf. Es wird die Mannigfalt genannt. Naja, genau genommen nenne ich es ebenso. Und was genau macht es? Seit Jahren schon kursieren Gerüchte um ein Gestalterdelikt, das die Eigenschaften anderer Objekte verstärken und verbessern können soll. Ich habe selbst nie eines gesehen und mir ist auch ansonsten niemand bekannt. Aber dank des ölysischen Manuskripts weiß ich womöglich wo eines ist. Und zwar genau wie im Best-Chain. Und du meinst, das könnte meinen Javelin stärker machen? Exakt. Schon aufgeregt? Ah. Keine Sorge. Sobald wir die Mannigfalt gefunden und zum Laufen gebracht haben, wirst du begeistert sein. Das garantiert dich. Zuerst die Mannigfalt, dann verbessern wir dein Javelin. Du bringst das Herz des Zorns zum Schweigen und BÄM! Alle leben glücklich und zufrieden. Ganz so einfach wird es dann doch nicht. Ach was. Kleinigkeit für dich. Ich habe Faye bereits alle Standortdaten geschickt. Ich kann es kaum erwarten. Warte mal. Schöne Warten auf. Anni. 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 Ausgereg Nebb juntos. Anni. 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 Ardin. Echt. Damals. Anni. Enbi. Anni. Ah du. Wenn er ohne Ladez interferf in so eine publique Stadt liegt Ja, es ist klar, dass es bei der Ruhe war. Das ist jetzt wahrscheinlich mein Anzug sein. Schon wieder los. So, wie schon wieder los geht? So, wie schon wieder los geht? So, wie schon wieder los geht? Dann kommen die's noch mal weg. So, wie schon wieder los geht. Und dann sind die werfen, so wieder los geht. Wann nehmen wir das einfach mal, wenn es da angezeigt wird? Soll es Rönden fliegen, oder was? Nein, ich glaube wir gehen gleich ein bisschen heilen, ne? Alter, ziehst du die Karte? Ist das Video oder was? Ja... Na, gehen wir ja schon auf dem Schulplatz, ne? Und dann? Wo komm ich da hin? Ach, da bin ich wahrscheinlich. Oder? Bitte weg dich mit in die Lübe, oder? Frag mich mal, wie ich da hinkomme. Was steht da für Röndschleifel? Welche Mission ist gelb? Habe ich gemäß. Ach hier, Schwierigkeitsgrad. Normal? Kannst du so normal das? Ach nee, machen wir es mal leicht, um zu gucken, wie der funktioniert. Kicken. Wie das funktioniert. Ach das war Scheuer, Jörg. Schleifel, ich mir, ja, das geht. Doch, erst mal viel Geld. Habe ich schon mal frei... Du musst nicht nur viel Geld. Kannst du mal mal mehr frei scheuten? Oder die Uhr ein bisschen? Bist du da? Doch, das scheuert das auch. Der Müll ist auch nicht. Ach, vielen? Kannst du mal mehr frei scheuten? Sondern wenn die Lübe oder die Lübe oder die ist? Nein, ich bin so zufrieden. You know, frag mich, ich schläge sie alle an. Ich kann nicht, weil man was nicht da ist. Ich lasse alle über den Klingel springen. Bitte noch kurz mit dem her. Was ist denn los? Was? Ich bin gekommen. Ja, ich weiß, dass dir das weh tut, aber du musst trotzdem schlappen. Und nochmal. Richtig, dass alles rauskommt. Über eine Stunde. Jetzt will ich hier ein bisschen ausruhen. Dann hol dein Kiki, dein Öffchen. Wir gehen uns ein bisschen. Wir haben jetzt eine Stunde. Iiiiihhhhhh! Iiiihhhh! Iiiihhh! Die neue Süße gehen. Ich zieh auch noch mal. Ja, dann hätten wir mal eine Stunde Ruhe. Vorbei, wir haben immer schön kniffen. Oh, wir sind Müller, dann geht's. Hey! Es ist ja alles unheimlich, oder? Deswegen muss es bestimmt. Ja, wo muss der Lade bleiben? Ich hab's dir erst gerade gesehen. Du musst es aber nicht holen, oder? Nein, guck mal. Deswegen ist es ja eine offene Beta, damit sie testen, nicht wahr? Ich hab gesagt, es ist ja ein Bescheid, das muss ich jetzt nicht machen, oder was? Das kann ich wieder an uns latschen.